Herzlich Willkommen zum neuen Video. Wir sind heute in Cancun und zwar in dem Iron Republic Gym. Und heute wurde ich eingeladen von einem Monster. Und mit diesem Monster trainieren wir heute Rücken und Schultern. Ich verrate jetzt nicht zu viel, der Kerl macht seinem Namen alle Ehre. Viel Spaß, los geht's. IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials. Okay, wir haben uns für drei Übungen entschieden. Drei für den Rücken und drei für die Schultern. Wir fangen an mit einem Latzug und zwei Untergriff. Danach gibt's den Low-Row und dann als dritter. Entweder machen wir T-Bar-Rudern oder wir gehen an ein Gerät, wo wir droppen können. Im Mantus gibt's dann natürlich Seitheben, Schulterpresse und für die hintere Schulter. Und in der Zeit lehnt euch entspannt zurück und genießt das Training. Ich werde jetzt eine Runde auseinandergenommen von dem El Monstro oder Monster genannt. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.